Die Spähaktivitäten der US-Geheimdienste sorgen international für immer mehr Verwerfungen, jetzt auch zwischen Deutschland und den USA, wie am Abend bekannt wurde. Es gibt Hinweise darauf, dass das Handy von Kanzlerin Merkel möglicherweise über Jahre Zielobjekt der amerikanischen Dienste war. Dazu jetzt direkt aus Berlin der Leiter unseres Hauptstadtstudios Ulrich Deppendorf. Die Bundesregierung nimmt diesen Verdacht sehr ernst. Die Kanzlerin hat darüber heute mit US-Präsident Obama telefoniert, da das Bundeskanzleramt nach einer Überprüfung durch deutsche Sicherheitsbehörden den Verdacht wohl für ausreichend angesehen hat, um von der US-Regierung Auskünfte zu erhalten. Die Kanzlerin hat ihre Missbilligung ausgesprochen und verlangte in dem Telefonat Aufklärung vom US-Präsidenten. Das bestätigte heute Abend der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Seibert, gegenüber der ARD. Die Kanzlerin habe auch die Erwartung geäußert, dass die US-Behörden nun Aufklärung über den möglichen Gesamtumfang solche Abhörpraktiken geben. Vor Monaten habe man schon entsprechende Fragen gestellt. Heute Nachmittag hat Kanzleramtsminister Pofalla schon den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums für Geheimdienste über den Vorgang informiert. Thomas Oppermann hat sich vor wenigen Minuten geäußert. Sollte dieser Vorwurf zutreffen, wäre das ein schwerer Vertrauensbruch. Und deshalb muss das ganz schnell und umfassend aufgeklärt werden. Präsident Obama, so das Weiße Haus gerade eben, habe der Kanzlerin aber versichert, ihre Kommunikation sei nicht überwacht worden und werde nicht überwacht. Die NSA-Affäre scheint dennoch vielleicht zurückzukehren ins politische Berlin. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.